Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben den vorletzten Tag der Geheimnisse von Azeroth und wollen eine Sphäre in Gefahr heute lösen. Ihr nehmt dafür natürlich erstmal die Quest im Gasthaus von Valdracken an und danach müsst ihr in Taldrasus hier oben auf diesen Berg drauf. Letzten Endes ist es da so, dass ihr da drei Höhlen finden werdet. In diesen Höhlen müsst ihr eure Fackel von Piret ausrüsten. Die offenbart euch dann so eine Steintafel und diese Tafel, das ist wichtig übrigens noch zu erwähnen, ihr müsst die Tafeln immer zuerst anklicken, damit dieser Hilfe dann ein Dreckhäufchen quasi freigeschaltet wird. Davon müsst ihr dann insgesamt drei Stück anklicken und das ist dann des Rätsels Lösung. So, wir sind hier oben jetzt auf dem Bergmassiv quasi. Der erste Eingang sollte sich jetzt hier befinden, wo ich jetzt gerade stehe, 50-80. Dementsprechend rüstet dann eure Fackel aus, Fackel von Piret und dann gehen wir erstmal hier in dieses Ding rein und ihr seht, die Fackel leuchtet, schlägt an und er enthüllt dieses Ding gerade schon oder es wird enthüllt. Jetzt enthüllt meine Fackel dieses Ding und dann sehen wir jetzt hier ist die erste Tafel. Die Fackel von Piret hat einen magischen Schleier weggebrannt und eine Tafel mit glühenden Titanen-Koordinaten enthüllt. Minus 7, 9. Das sind jetzt die Koordinaten mit der Denkerkappe, während ich schön den Drachen hier gepullt habe. Unlucky. Allerdings liegt Lob Nummer 1 dann bei den Koordinaten 49, 79. Das Häufchen, welches ihr damit dann freischaltet, ist hier. Also ungefähr bei mir zeigt sie Koordinaten 50, 80 an. Ich zoome hier mal so ein bisschen mit dieser Kamera rum, damit ihr es ungefähr findet oder sehen könnt. Und da findet ihr jetzt ein Stück der Kugel von Rathmus. Also letzten Endes war es jetzt, wenn man aus der Höhle raus ist, eigentlich direkt hier runtergesprungen und da dann einfach draufgeklickt. Das zweite Tafelchen finden wir bei 46, 77. Dafür müssen wir ein Stück weiter so nordwestlich. Und da seht ihr auch schon den nächsten Höhleneingang. Die Fackel ist ja zum Glück immer in eurer Hand bei dieser Geschichte. Und da hinten sieht man es auch schon so ein bisschen auflodern. Von daher, das ist eigentlich relativ easy, würde ich jetzt mal behaupten, die Dinger zu finden. Zack, wir legen die Tafel frei, klicken sie an und sehen dann hier. Minus 7, minus 14. Ihr könnt alternativ, so habe ich es jetzt gemacht oder so, war es ein bisschen besser zu finden. Ich glaube, das Ding da oben ist tatsächlich neu. Dieses Denkkappen-Ausgabe. Beziehungsweise ist mir das vorher nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. So, wenn man sich jetzt da ein bisschen danach richtet, dann seht ihr hier, minus 7. Ja gut, jetzt bin ich minus 7, minus 15. Aber letzten Endes, das hier ist die Position, wo ihr hin müsst. 46, 80 mit den normalen Koordinaten. Also einfach vom Höhleneingang so ein Stück rechts runtergeflogen quasi. Da haben wir jetzt das zweite Stück der Kugel. Und dann müssen wir nochmal zu 48, 76. Das ist ziemlich, oder eher im Norden des Gebiets angesiedelt. Sprich, dieser große Höhleneingang hier. Und in dieser großen Höhle, ihr geht eigentlich gerade durch, bis ihr hier zu dieser komischen, was weiß ich, Formation kommt. Und da ist dann dieses Täfelchen. Und die zeigt euch an, die letzte Tafel ist bei 15, minus 11. Und das hat die Koordinaten sonst 50, 78. Zack, das markieren wir jetzt mal grob. Äh, was war es? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe 15, minus 11, ne? Ja, 15, minus 11. Das heißt, da flattern wir jetzt einfach mal in die Richtung rein. Vorher noch aus der Höhle raus natürlich. So, können wir wieder aufmounten. Und dann sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, ihr könnt das auch immer ein bisschen da oben mit dem Ding gegenchecken. 12, 15, 15, 15, minus 13 habe ich jetzt. 15, minus 11 heißt, das Ding sollte hier sein. Und da drüben ist es dann, da seht ihr das, vergrabenes Objekt. So, das klicken wir dann einfach nur nochmal an. Dann looten wir ein Stück der Kugel von Rathmus. Und ja, dann ist das Ding auch schon geklärt. Alles. Ihr müsst jetzt nur noch diese drei Kugelteile anklicken und sie zusammensetzen. Dann habt ihr die Quest getriggert. Pottet euch zurück nach Waldracken. Gebt sie ab. Und Abfahrt. Ihr habt alles erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Damit fehlt euch jetzt noch ein Hinweis, genauso wie mir. Der kommt dann morgen für das Achievement, für das Mount, für den Titel und so weiter und so fort. Wenn ihr alles noch nachholen wollt, habt ihr heute und morgen noch die Gelegenheit dazu. Ich habe dazu auch eine große Playlist gemacht. Da könnt ihr euch alle Geheimnisse nochmal anschauen. Und damit Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.